Wie geht es bei dem Projekt Kooperation IHK Schule-Wirtschaft? Bei dem Projekt Kooperation IHK Schule-Wirtschaft geht es darum, Unterricht praxisnäher zu gestalten und die vielleicht an mancher Stelle doch sehr unterschiedlichen Partner von Schulen und Unternehmen an einen Tisch zu bringen und gucken, ob es da vielleicht gemeinsame Schnittpunkte gibt und Überschneidungen, wo man ansetzen kann. Und zu dem Zweck machen wir auch in regelmäßigen Abständen einen Erfahrungsaustausch. Und da werden beispielhaft Projekte dargestellt und Impulsverträge gehalten, die den Unternehmen und Schulen, die wir alle dazu einladen, weiterhelfen sollen bei ihren eigenen Kooperationen und ihrer eigenen Arbeit. Im gewerblich-technischen Bereich, da haben Unternehmen doch vermehrt Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden und zukünftige Frachtkräfte zu gewinnen. Darum liegt auch ein Fokus auf MINT-Fächern oder MINT-Problematiken. Und da versuchen wir so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass auch in den Bereichen es ganz interessante Berufe gibt und auch ganz viele Möglichkeiten.